Yeah Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead 400 Days. Ja, ich habe jetzt noch schnell, wie ihr seht, Winsternacht gespielt, hat gar keine 10 Minuten, ja gut, 10 Minuten hat es schon gedauert. Und ja, da wir im letzten Part dann schnell gemacht haben, machen wir jetzt direkt Bonnie. Viel Spaß! Moment, ich muss ganz kurz was schauen. So Leute, ich habe nur schnell die Lautstärke wieder raufgedreht. Die war nämlich ein bisschen zu leise. Ohne Tag 236. Äh, kann ich die Schlange kontrollieren? Hä? Kann ich diese Schlange kontrollieren oder hat sie frei Reine? Frei Reine. Well... I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Good point. Weder noch. Think about that. Neither? That's not really an answer. You don't set the rules around here. Well, that's a fact. Habt ihr was mit dem Alten am Laufen oder was? Okay. How about... Never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Though, uh... You gotta admit, anything isn't improved. That came out wrong. What I mean is... I mean, you were... You're not perfect either, Mr. Lobster-Hans. Maybe I should spend a minute listing off your flaws. See how you like it. Me? I ain't perfect. That's right. And you're older than dirt. Look. As long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. I never thought you'd make it. Die war drogenabhängig, oder? I know, but... You've come a long way, Bonnie. I'm proud of you. Äh... Du bist ein guter Freund. You're a good friend, Leland. I know. Okay, you're not that great. Look. You know, I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You gotta worry. You know that, right? Ich weiß. I know. God, Leland. Thank you. Bonnie, ja... Leland? Bonnie? Dee! Hey, Honey. Seine Frau. Nehme ich mal an. I found us something. What are you two up to? Über Homer. Just chatting. Chatting, huh? What about? Über Homer, hab ich doch gerade gesagt. Oh, ähm, well... Ähm, Lobsters. Lobsters. Well, Fischen. Figurte, es wäre wert, ein Schuss. Für die Essen, du weißt. Leland, du magst Fischen. Das ist nicht total wahr. Und wie viele Tage hast du Fischen? Was? Ich gehe Fischen all das ganze Zeit. Ich dachte, du, nicht? Ich bin ein Fisch. Oh, ich weiß es. Ich habe dir ein Pferd. Oh, du solltest es nicht haben. Was hast du gefunden? Ich erzähle dir später. Ich will nicht, dass du deinen Chat mit deiner Freundin unterbrechen hast, aber, äh, wir müssen gehen. Alles klar, dann gehen wir mal. Was zum Teufel war das? Was zur Hölle war das? So, woher hast du den Bag, Dee? Dee? Dee, hörst du mich? Just drop it, Leland. Hey, Dee, wenn wir zurück in der Kampen, würdest du mir ein paar von der Haare? Sure, hon. Du magst diese Farbe? Es ist mein Lieblings. Und nach heute, ich könnte eine neue Fische, du weißt? Same hier. Ich fühle mich wie ein Ratsch mit diesen Klauen. Not to interrupt the girl talk here, but to see, that's the best. Look, I found it down the road a piece, alright? Where down the road? Some place off that away. Was anyone there? I don't think so. You don't think or you don't know? Those mean the same thing, Leland. Just tell us, baby. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. Ehe Streit, haha. Can't remember one especially. But I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through. And for what? Don't you want to get to the camp before dark? We should get moving now. Come on, it's getting dark. But you are the one who made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing in this goddamn rain, in this goddamn middle-of-nowhere place. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. It's a blast. I can't believe you- Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Ugh, Lord, give me strength. We'll straighten this out. We will. Right, Dee? We-we can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, darling, I'm sorry we're- Darling? Dee, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours, too. Dee, now's not the time. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. And then you and your girlfriend can- Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? I'm falling back here. Oh, fuck, we're getting shot. Oh, fuck. Bonnie, run. Okay, so weit ich mitgekriegt hab, ist sie drogenabhängig gewesen und Leland scheint sie, ja, sehr gern zu haben. Ich weiß nicht, ob die beiden eine Affäre haben oder so, aber es scheint mir fast so. Krass. Autsch, das muss wehtun. Ein Walker. Als hätte ich's nicht gewusst, oder? Tret die mal, tret die mal. Okay, nach einem Tritt schon tot. Das geht's doch gar nicht, oder? Okay, da oben sind noch die Typen mit den Haschenlampen. Und die schießen schon. Verdammt. Okay, jetzt sind wir im Maisfeld. Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich durchringen, oder? Leland. Durch hier, schau! Oh, verdammt. Okay, wir müssen jetzt einen sicheren Weg finden. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Boah. Das war jetzt verdammt knapp, Leute. Das war jetzt mehr als knapp. Wir müssen jetzt von diesen Wichsern flüchten, die da mit den Taschenlampen herumlaufen, schätze ich mal. Oh, verdammt. Wo bist du? Ich bin direkt neben dir, aber du hast mich nicht gesehen, du Penner. Hä, Gott sei Dank. Kallt raus, wenn du ihn sehen möchtest. Nein. Wow. Wow. Fuck, 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 fuck. Noch eins weiter. Noch eins weiter. Wow, fuck. Die finden uns vielleicht sogar. Hoffentlich nicht. Ja, Gott sei Dank. Oh, shit. Verfluchte. Sobald es ein bisschen rot wird. Okay, wir haben es offensichtlich geschafft. Oh, fuck. Was war das? Ja, deine Mutter wird dir jetzt hier nicht helfen können. Aber die haben uns gleich, verdammt. Wir müssen irgendeinen... Was ist denn das? Ein Stock? Ah, ein Betonstab. Ah, okay. Wir müssen ihn rausziehen. Alles klar, den haben wir gleich heraus. Jawohl. Sollen wir den erschlagen, oder was? Jawohl. Und hau rein. Sie hat es getroffen. Oh, scheiße. Das war die. Och, du scheiße. Die, ich... Ich bin so sorry. Oh, Gott. Warum? Du... Warum? Warum hast du nichts gesagt? Du... Du solltest etwas gesagt haben. Oh, Mann, die sieht ja aus. Du solltest mich. Hat jemand gesehen, irgendwas? Ach, du... Ich wollte das aber nicht. Ich wollte das nicht. Sie hat das für mich getan. Nein, 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 nein. Nichts, Miststück. Es war ein Unfall. Leiland ist nur ein Freund. Ich will nicht, das zu tun, Dee. Ich versuche auf Gott. Du verdammt... ...durkartier. B! D, hast du sie gefunden? Verdammt. Ich dachte, sie haben dich da zurückbekommen. Jesus, hast du getroffen? B! Gott, was ist passiert? Oh, Jesus, oh, Gott, Bonnie, was ist passiert? Oh, shit, sollen wir ihm sagen, dass wir es waren? Darling, was ist mit dir? Äh... Dein Gesicht, ihr Gesicht, Bonnie? Ich... ...hier zu... Ich dachte, du... Was meinst du, Bonnie? Was war das, was du gerade gesagt hast? Es war ein Unfall. Es war wirklich ein Unfall, Leiland. Es war wirklich... Du hast das gemacht? Du hast das mit mir, Dee? Äh, ja, ich war's. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Leiland. Bonnie. Back this way! Oh, ab jetzt. No, we're going! Which way? There! I'm sorry. Do this to you, darling. I'll leave you here. Call out if you see him! This way. Ich brauche dich, Leiland. I know, it's hard, but I need you, Leiland. Ich glaube, ich habe etwas gesehen, hier. Lässt du sie jetzt einfach zurück, oder was? Was in der Hölle machst du? Sie wird sterben für dieses Ding. Ich bin sicher nicht hinterher. Ja, sie nimmt wenigstens die Sachen mit. Ja, Leute, das war wirklich ein Unfall. Ich wollte sie nicht killen. Ich kannte diese Dee ja gar nicht. Aber das ist fucking verdammt. Das fängt ja schon mal brutal an. Ach, du Scheiße. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich sage es, wie es ist. Ach so, dann war es das jetzt schon mit Bonnie. Na ja. Dann haben wir als nächstes Wyatt vor uns. Und ich würde sagen, den machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Würde euch über einen Kommentar und einen Daumen freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Walking Dead 400 Days. Bis dahin, macht's gut, Leute.